Alle Ausländer raus ist nicht, was wir fordern. Wir wollen, dass hier alle leben auf der Basis von klaren Regeln, von Traditionen. Und diese Tradition, diese Regeln, sind natürlich deutsche Regeln, weil es ist Deutschland. Und ja, es gibt Menschen, die sind hier eingewandert, die leben seit 5, seit 7, seit 20 Jahren von Harz. Sie werden nie einen Job finden, sie werden immer abhängig sein und sich radikalisieren. Aber es gibt super Erfolgsgeschichten, es gibt Leute, die verändern unsere Städte und Dörfer zum Positiven. Die gehören zu uns, die sorgen dafür, dass es ein gemeinsames, besseres Deutschland wird. Deshalb schauen wir genau hin. Und all jene, die es hier nicht schaffen, da wird nicht der Polizist kommen und sie am Schlawittchen rausbringen. Nein, da braucht es Anreize, damit das, was wir hier an gemeinsamen Jahren hatten, für eine gute Zukunft ist, dann eben in den jeweiligen Heimatländern. Und da brauchen wir die Möglichkeit zurückzugehen, nicht als jemand, der gescheitert ist, sondern als jemand, der hier Wichtiges gelernt hat, um zu Hause, sei es in Syrien, sei es in Afrika, etwas aufzubauen. Alle Auseinander raus, das ist nicht das, was wir vornehmen.